Alter, es fühlt sich so gut an, als Held in Extraction spielen zu können. Und ein Held kommt auch! Ach du Scheiße! Yo, ey! Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefront 2 Video. Wir spielen heute mal eine Runde Extraction, aber nicht online. Ich glaube, da findet man auch auf PC so gut wie kaum noch Lobbys, sondern das Ganze offline. Möglich durch die Instant Action Overall Mod. Und bei der Mod gibt es eben nicht nur Offline Extraction und halt eben jede Menge Änderungen für Instant Action, sondern auch noch Offline Helden vs. Schurken und auch noch Offline Gefecht, was eine ziemlich geile Sache ist. Und das Besondere hier an dem Extraction Modus, nicht nur, dass man den eben jetzt auch vernünftig nochmal spielen kann, ist, dass man hier auch als Held spielen kann. Das war somit mein größter Kritikpunkt eigentlich gewesen, als der Modus für Battlefront 2 rauskommt, weil das eigentlich mit dem Modus einfach ausgemacht hat, dass man als Held spielen kann. Das Ganze ist übrigens auch Teil von der Instant Action Improvement Mod, die ich vor ein paar Monaten mal vorgestellt hatte. Scheiße! So, ich glaube, jetzt sollten wir gewöhnliche Punkte für den Held haben. Wen nehmen wir denn? Luke? Naja, ich glaube, ich nehme Han Solo. Ich nehme Han Solo. Ja, also wie gesagt, die Mod gehört zur Instant Action Improvement Mod dazu, die so nicht mehr erscheinen wird. Also, sie ist einfach zu groß, zu umfangreich, und Frosty kommt damit einfach nicht zurecht. Deswegen die ganzen Inhalte, die Modi, die Verstärkungseinheiten und so weiter, weiß ich nicht, da gab es eine Magna-Wache mit Energiezellen und so weiter, die werden jetzt alle einzeln veröffentlicht. Kann man sich dann runterladen und halt eben so selbst die Instant Action Improvement Mod zusammenstellen. Alter, es fühlt sich so gut an, als Held in Extraction spielen zu können. Ich finde es schade, dass wir damals die Helden nicht mit reingebracht haben. Das war ja mit die größte Änderung. Neben halt eben, dass man... Alter, die KI ist einfach so gut! Was ist hier los? Ja, und die größte Änderung daneben ist halt eben, dass man daneben stehen muss, dass sich der Transport eben bewegt und nicht mehr, dass man das aktivieren muss. Das kann ich noch nachvollziehen, das finde ich auch gar nicht so schlimm, dass sie das entfernt haben, aber die Helden, das fand ich, gehörte einfach zu dem Modus dazu. Und ich meine, es wäre... Alter, was kommt? Was boxt sie? Wie boxt sie mich denn hier um, Alter? Weg mit dir! Man hätte das mit den Helden, die wären auf jeden Fall mit ihrer Gesundheitsregeneration und so weiter, wären die auf jeden Fall zu stark gewesen. Das hätte man dann einfach deaktivieren müssen. Vielleicht auch die Regeneration deaktivieren können, dann wären die Helden auch gar nicht so stark gewesen. Bosk wäre da ein bisschen problematisch gewesen, weil er immer sein ganzes Leben zurück regenerieren kann. Aber so wäre das dann, glaube ich, ganz gut ausgeglichen, dass man halt eben, wie im Battle von 1, immer, sobald man Leben verloren hat, das nicht wieder zurückbekommen kann. Und die KI, muss ich sagen, die ist richtig gut. Und ein Held kommt auch! Ach du Scheiße! Yoey! Wehe, der killt mich! Headshots müssen regeln! Boah! Alter, das ist ja fast schwieriger als ein... als ein Online-Match. Gut, ich habe Extraction lange nicht mehr gespielt. Online. Nein, aber trotzdem kommt direkt der nächste Darth Vader oder was? Wie viele Helden sind denn gleichzeitig möglich? Was ist denn hier los? Das ist dann auf jeden Fall ein bisschen anders. Da hat der im originalen Extraction, im originalen Transport, hat man immer nur in der ersten und zweiten Phase als Rebell den Helden bekommen und dann in der zweiten und dritten Phase als Imperium. Junge, das ist geil. Also wenn ihr wollt, also ich finde es auf jeden Fall ziemlich nice, das hier zu spielen. Jawohl, die machen wir fertig. Und wir haben auch Yoda an unserer Seite. Wenn ihr Bock drauf habt, würde ich auch mal offline Helden versus Schurken ausprobieren. Hätte ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob ich das auch mal ausprobieren soll, wie das so ist. Ich glaube, es gab vorher auch schon Mods dafür, dass man halt eben aber dann mehr oder weniger Vorherrschaft gespielt hat, aber dann halt eben mit nur Helden. Aber das wird auf jeden Fall 4 gegen 4 sein. Alter, der spawnt hier die ganze Zeit rein. Kann die Fähigkeit nicht einsetzen. Gut. Gibt es anscheinend hier und da ein paar Bugs. Ich kann nämlich meinen Schulterangriff nicht mehr einsetzen. Aber das ist nicht so schlimm. Darth Maul kommt an. Ist aber auch cool, dass die Helden die ganze Zeit hier rein zu bauen, dass man so ein bisschen was zu tun hat. So gegen die normalen Einheiten. Wir haben halt eben da keine Chance unbedingt. Oh, der wirkt mich auch noch. Und ja, es ist halt eben relativ viel an der Instant Action hier verändert worden. An dem Instant Action Modus. Dass die KI auch definitiv schlauer ist, mehr ihre Fähigkeiten einsetzt und so weiter. Ich habe mir das nicht genau durchgelesen. Ich habe das nur überflogen. Auch halt eben, wie ihr eben im Menü sehen konntet. Man kann auch in Instant Action jetzt alle Helden nehmen. Also nicht nur halt eben die aus der spezifischen Ära, sondern halt eben auch. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch als Ray reingehen und so weiter. Ey, das ist echt, echt heftig, wie man sowas gemoddet bekommt. Muss ich echt nochmal, echt nochmal sagen. Ich bin immer wieder von neu darüber begeistert, was sie hier hinbekommen. Dass sie halt eben die KI hinbekommen, dass sie daneben steht und dass den Modus überhaupt versteht, das finde ich schon heftig. Es ist auch ein paar Tage, bevor die Mod hier rausgekommen ist, gab es schon mal eine einzelne Offline Extraction Mod. Die habe ich mir angeschaut, die hat aber überhaupt nicht gut funktioniert. Also sie lief auch, aber die hier ist tausendmal besser. Die andere Extraction Mod basierte auch auf Arcade, glaube ich. Das war dann ein bisschen, ein bisschen wilder. Okay, hier scheint die KI dann anscheinend ein paar Probleme zu haben. Es ist übrigens auch Kessel spielbar. Da habe ich nämlich auch gelesen, dass sie mit der anderen Extraction Mod nicht spielbar war. Eigentlich wollte ich hier das Video so als eine Art Battlefront 1 Video machen, denn es gibt ja auch eine Nier-Namp-Mod, Jyn Erso-Mod, beziehungsweise es gibt eigentlich für alle Helden aus Battlefront 1 auch Mods für Battlefront 2, sodass ich eigentlich die hier einfügen wollte und dann halt eben so gesehen Battlefront 1 in Battlefront 2 gespielt hätte, jetzt wo halt eben Extraction auch mit den Helden spielbar ist, sodass es halt eben quasi derselbe Modus gewesen wäre. Das Problem ist leider, dass die Instant Action Overhaul Mod jetzt mit einer neuen Version von Frosty-Mod läuft und da halt eben fast alle alten Mods leider nicht zusätzlich drauf laufen und wir so halt eben jetzt leider ohne die alten Helden auskommen müssen. Ey, Vader, Junge, jetzt machen wir hier keinen Stress hier noch, ja? Uh, da laufe ich aber nochmal kurz zurück. Alter, das ist so heftig. Das bockt unnormal einfach. So, weg mit dem. Hier ballern wir nochmal das rein, zack. Vierfachkill. Und das haben wir jetzt gewonnen. Luke ist auch am Start. Ist das geil. Noch ein paar Headshots hier verteilen. Der kommt da. Kylo Ren und Darth Maul, beide auf einmal. Ja, ich lasse das mal hier die KI machen. Perfekt. Alter, das hat echt gebockt. Mehr als ich erwartet hätte. Da fliegt der... Ah ne, der Millennium Falcon ist da habe ich auch im Online-Modus rausgeflogen. Alter, mir hat das Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, können wir auch gerne im nächsten Video nochmal eine Rückrunde spielen auf der Seite des Imperiums. Mal gucken, wie stark die KI als Angreifer wirklich ist. Und dann eben lasst es mich auch in den Kommentaren wissen, ob ich auch Offline-Helden für das Schurken mal ausprobieren soll. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Hört rein und bis zum nächsten Mal.